Herzlich willkommen zur Cannstatt Study Hour. Wir sind jetzt im vierten Viertel 2020 und heute haben wir die Lektion Nummer 8, Erziehung und Erlösung. Das Thema des ganzen Viertels lautet ja Erziehung und Bildung und ich muss sagen, ich bin froh, dass wir dieses Thema in diesem Viertel haben, weil das ein so wichtiges Thema ist, weil das Erziehungswerk, was wir als Eventgemeinde schon vor über 100 Jahren begonnen haben, momentan in Deutschland doch ein bisschen hinterherhinkt und da ist es wichtig, dass man das wieder ins Bewusstsein bringt, was die Bibel und was Ellen White und was wir als Eventgemeinde zum Thema Erziehung zu sagen haben. Ich darf auch generell nochmal dazu alle, die zuschauen, ermutigen, zwei Bücher zu studieren. Einmal das Buch Erziehung von Ellen White. Dieses Buch gibt es auch in verschiedenen Versionen, also mit verschiedenen Covern und so weiter, aber das ist ja egal, der Inhalt ist immer der gleiche, egal wie das Cover aussieht. Also das Buch Erziehung, das ist sehr gut. Das sind mehr so Grundlagen über Erziehung, was die Prinzipien sind und warum Erziehung wichtig ist. Und zweitens das Buch, wie führe ich mein Kind. Und das Buch ist natürlich vor allen Dingen sehr praxisbezogen. Das heißt, wie gehe ich mit manchen Dingen um, mit Disziplinierung oder mit Kleidung, wo sollen wir wohnen und wie sollen wir im Gottesdienst uns verhalten und viele, viele Dinge. Das ist sehr, sehr wichtig und gut, auch von Ellen White. Eine Zusammenfassung von Aussagen von ihr. Und übrigens auch, wir haben auch ein Seminar daraus gemacht, wie führe ich mein Kind. Da gibt es eine DVD-Serie drüber, wo wir dann diese 19 Kapitel, die es in diesem Buch gibt, für jeden Kapitel ein Thema gehalten haben und den Inhalt des Buches wiedergegeben und erklärt haben. Also sehr interessant und spannend, sehr zu empfehlen zu diesem Thema Erziehung und Bildung. Bevor wir aber jetzt starten mit unserem Thema dieser Woche, darf ich alle die Zuschauer einladen, dass wir gemeinsam unser Haupt neigen und beten. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir, dass du unser Gott bist, dass du unser Vater bist, dass du uns geschaffen hast und dass du uns als Menschen gemacht hast, die nach deinem Bilde geschaffen wurden. Und dass wir auch, obwohl wir in Sünde gefallen sind, wissen dürfen, dass du uns liebst und dass du uns auch wieder erlöst hast und dass wir auch durch die Erziehung, die du für uns vorgesehen hast, auch wieder in dein Bild verwandelt werden können. Wenn wir uns jetzt mit diesem Thema beschäftigen, dann bitten wir dich, dass wir dein Wort verstehen, dass wir darin eintauchen können und dass wir das auch in unserem Leben umsetzen. Sag du mitten unter uns. In Jesu Namen. Amen. Ja, Thema Erziehung und Bildung. Das Spezialthema heute, Erziehung und Erlösung. Das ist eigentlich eines der wichtigsten von dieser ganzen Serie, die wir in diesem Viertel studieren, ist jetzt diese Lektion Nummer 8. Der Merktext, der lautet, denn alle Schrift von Gott eingegeben, es nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. 2. Timotheus 3, Vers 16. Und hier sehen wir auch schon, dass in diesem Merktext geht es auch schon um Erziehung. Da geht es um Bildung, um Wachstum, um Veränderung, um Erziehung. Aber das werden wir nachher ein bisschen genauer anschauen, weil der Text auch im Laufe der Lektion wieder vorkommt. Ja, ich habe ein Zitat zu Anfang aus dem Buch Erziehung, Seite 11, um eine Grundlage, was Ellen White hier sagt, zu zeigen, was eigentlich Erziehung bedeutet. Sie sagt hier, meist fassen wir den Begriff Erziehung und alles, was damit zusammenhängt, viel zu eng. Dabei bedarf die Erziehung eines umfassenden Konzepts, weil sie ein hohes Ziel anstrebt. Erziehung, die diesen Namen wirklich verdient, will und kann weit mehr vermitteln als nur fachliches Wissen. Sie erschöpft sich auch nicht darin, junge Menschen auf die vielfältigen Anforderungen des Lebens vorzubereiten. Sie zielt vielmehr auf die gesamte Persönlichkeit des Menschen, und zwar im Blick auf sein irdisches Leben hier und das künftige Leben in Gottes Reich. Sie gibt sich auch nicht mit pädagogischen Teilaspekten zufrieden, sondern will eine harmonische Entwicklung der körperlichen, geistigen und geistlichen Fähigkeiten insgesamt bewirken. Der Mensch soll zwar tüchtig werden für die Aufgaben in dieser Welt, aber darüber darf nicht vergessen werden, dass Erziehung ein Ziel hat, das über das Diesseits hinausgeht. Sie soll schon hier und jetzt wegbereiter sein für das künftige Leben in Gottes neuer Welt. Die Unterstreichungen habe ich zugefügt, weil das, was ich für wichtig erachtet habe, habe ich einfach gesagt, das muss ich mal herausstellen. Ich denke, allein in diesem Zitat könnte man jetzt schon eine halbe Stunde darüber reden. Hier schreibt sie, was Erziehung ist, was es beinhaltet, was die Grundlagen sind, was die Quelle ist und wohin das führen soll. Also unglaublich wichtig. Erziehung bedeutet, dass der Mensch ganzheitlich wächst, intellektuell, körperlich, geistig, geistlich und dass wir Jesus ähnlicher werden und dass wir vorbereitet werden für das Leben auf dieser Erde und auch auf das ewige Leben. Uns natürlich, wenn man nach dieser Definition hört Erziehung niemals auf. Die Kindererziehung hört irgendwann auf, wenn die Kinder erwachsen sind, aber die Erziehung generell, die Veränderung des Menschen in das Ebenbild Gottes, das fängt natürlich an mit der Geburt und geht, bis der Mensch stirbt, noch immer weiter. Und ich denke, selbst in der Ewigkeit wird das noch weitergehen, dieser Prozess, dass wir weiter wachsen dürfen und uns in allen Bereichen verändern, positiv verändern können, um Jesus und Gott noch ähnlicher zu werden. Wir haben diese Lektion am ersten Abschnitt, der heißt Im Bild Gottes. Und da lesen wir die angegebenen Verse. 1. Mose 1, Vers 26 und 27 und 1. Mose 5, Verse 1 und 3. 1. Mose 1, 26 und 27. Ja, hier haben wir schon mal die grundlegende Aussage, dass Gott den Menschen zu seinem Bild geschaffen hat. Das heißt, dass wir ihm ähnlich sind. Was das bedeutet, gucken wir uns gleich genauer an. Und dieses Bild Gottes hat der Mensch verloren, denn als nachher der Mensch gefallen war, in Sünde gefallen war und dann sie weitere Kinder bekommen haben, steht folgendes. 1. Mose 5, Vers 1 und Vers 3. Dies ist das Buch von Adams Geschlecht. Als Gott den Menschen schuf, machte er ihn nach seinem Bilde, nach dem Bilde Gottes. Und in Vers 3 steht, Interessant, Adam ist gemacht worden nach Gottes Bild. Er hat diese Gottesbildlichkeit ein Stück weit verloren, als sie gesündigt haben. Und da seht, der dann geboren wurde. Hier steht, er war nicht mehr nach Gottes Bild, sondern er war nach Adams Bild gemacht. Das heißt, hier sehen wir schon eine Abstufung, eine Veränderung, die gekommen ist. Was heißt das, nach dem Bild Gottes geschaffen zu sein? Das ist sehr schwierig, das wird nämlich hier nicht ganz genau beschrieben. Das ist erstens natürlich körperlich. Natürlich ist es klar, dass Gott von seinem Körper her wesentlich größer ist und mehr ist, als wir es sind. Nämlich, Gott ist in höheren Dimensionen. Aber ich glaube, wenn man Gott in unsere drei Dimensionen hineinpressen wollte, dann würde er ähnlich sein, wie wir auch sind. Es gibt auch einige Texte im Alten Testament, wo es deutlich heißt, wo der Psalmist sagt, sollte Gott, der das Auge geschaffen hat, nicht alles sehen können? Oder Gott, der das Ohr geschaffen hat, sollte er nicht alles hören können? Das heißt, wenn Gott Augen und Ohren und Nase geschaffen hat, dann wird er selbst auch Augen, Ohren und Nase haben, um auch diese Funktionen, Körperfunktionen auch ausführen zu können. Aber natürlich ist Gott wesentlich größer und mehr. Aber wir sind ein Stück weit sicherlich nach Gottes Bild geschaffen. Auch einkörperlich. Obwohl natürlich das nur auf unsere drei Dimensionen beschränkt, während Gott in höheren Dimensionen lebt. Das Bild Gottes ist sicherlich auch geistig gemeint. Das heißt, dass wir Verstand haben, dass wir scharf denken können, dass wir unterscheiden können. Das ist sicherlich unsere Fähigkeiten gemeint. Kreativität, schöpferisch tätig sein zu können, moralisch, moralisches Empfinden zu haben. Das sind alles Dinge, die, denke ich, wichtig sind. Gott kann aus dem Nichts etwas schaffen, das können wir nicht. Wir brauchen etwas, um etwas zu schaffen. Aber der Mensch kann auch etwas schaffen. Der Mensch kann etwas hervorbringen, etwas kreieren, mit Dingen arbeiten und dadurch Dinge erschaffen, die es vorher nicht gab. Und natürlich hat der Mensch moralisches Empfinden. Das heißt, er kann wissen, was gut und böse ist. Und er kann entscheiden, Entscheidungen treffen und entsprechend auch sein Leben danach ausrichten. Das sind alles, denke ich, Dinge, die uns zeigen, dass wir nach dem Bild Gottes geschaffen wurden. Und natürlich auch, dass wir soziale Wesen sind, dass wir Liebe geben können und Liebe empfangen können. Und das alles hat der Mensch ein Stück weit verloren, als er in Sünde gefallen ist. Durch den Sündenfall wurde das verändert. Denn hier trat auf einmal anstelle von Liebe, anstelle von Harmonie und Einigkeit und trat auf einmal Sünde und Uneinigkeit auf. Und jetzt hat Gott eben den Erlösungsplan sich ausgedacht, um den Menschen wieder nach dem Bild Gottes wiederherzustellen. Dass der Mensch wieder Gott ähnlich werden kann. Denn ich denke nicht nur, dass der Mensch in Sünde gefallen ist, dass er schuldig wurde und das ewige Leben damit verloren hat, sondern sein Wesen hat sich verändert. Sein Charakter hat sich verändert. Seine Natur hat sich verändert. Das heißt, der Mensch hat jetzt seit dem Sündenfall einen Hang zum Bösen. Er hat jetzt auf einmal dieses Egoismus in sich. Und dieser Egoismus zerstört eigentlich Beziehungen. Es zerstört die Freude, das Glück. Es zerstört weiteres Wachstum. Und das sind alles Dinge, die seit dem Sündenfall den Menschen belasten. Ich habe einige Aussagen aus dem Buch Erziehung, wo Elimeit das sehr genau schildert. Zuerst einmal, dass der Mensch zum Bild Gottes geschaffen wurde. Was sich dann verändert hat. Und dass durch die Erlösung das Bild Gottes wiederhergestellt wird im Menschen. Hier erst mal ein Zitat aus dem Buch Erziehung, Seite 13. Dort heißt es, Wenn wir Wesen und Ziel wahrer Erziehung richtig verstehen wollen, müssen wir uns mit der Wesensart des Menschen beschäftigen. Und danach fragen, mit welcher Absicht Gott ihn geschaffen hat. Die Heilige Schrift bezeugt, dass der erste Mensch zum Ebenbild Gottes geschaffen wurde. Adam war zwar nur ein Geschöpf Gottes, aber er war seinem himmlischen Vater in jeder Beziehung ähnlich. Und je länger die ersten Menschen lebten, desto mehr sollte sich Gottes Wesen in ihnen widerspiegeln und entfalten. Der Schöpfer hatte sie mit einer Fülle von Fähigkeiten ausgestattet, die erst fortan auf einem schier unerschöpflichen Betätigungsfeld zu entwickeln galt. Das ist interessant, was Ellen White hier sagt. Sie sagt, Adam war am Anfang, als er geschaffen wurde, Gott und dem himmlischen Vater in jeder Beziehung ähnlich. Das heißt körperlich, geistig, seelisch, geistlich. Und diese Ähnlichkeit zum Bilde Gottes geschaffen, heißt nicht, dass er jetzt fertig war. Natürlich war er fertig und sündlos, aber er sollte noch weiter wachsen können. Und das werden wir übrigens in der Ewigkeit auch. Wir werden in der Ewigkeit immer noch ohne Ende weiter wachsen können und zunehmen in Liebe, im Wissen, in Erkenntnis, in allen Dingen. Und das war am Anfang bei Gott, bei den Menschen auch so. Die Fähigkeiten sollten sich entfalten, durch Gebrauch verbessert werden und sich immer weiterentwickeln. Aber es hat sich was verändert. Wir lesen ein weiteres Zitat. Erziehung, Seite 15. Wir alle sind als Ebenbilder Gottes angelegt und geschaffen worden. Deshalb tragen wir selbst in einer von Sünde beherrschten Welt immer noch gottähnliche Merkmale und Fähigkeiten in uns. Zum Beispiel das Geschenk, eine eigene, unverwechselbare Persönlichkeit zu sein oder die Fähigkeit zu denken und verantwortungsbewusst zu handeln. Das ist interessant. Das sind einige Fähigkeiten, die sie hier beschreibt, die auch nach dem Sündenfall noch bei Menschen geblieben sind. Dass wir eine eigene Persönlichkeit haben, dass wir denken können und dass wir verantwortungsbewusst handeln können. Jetzt ein weiteres Zitat. Erziehung, Seite 13, 14. Was jetzt der Ungehorsam von Adam und Eva bewirkt haben. Der Ungehorsam unserer Ureltern beendete diese gottgewollte Entwicklung mit einem Schlag. Durch die Sünde wurde das Bild Gottes im Menschen zwar nicht völlig zerstört, aber doch schwer beschädigt und oft genug bis zur Unkenntlichkeit verzerrt. Seine physische Natur wurde geschwächt, die geistigen Fähigkeiten nahmen ab, seine geistliche Wahrnehmung verkümmerte. Hinzu kam, dass sich das zu Glück und ewigen Leben bestimmte Geschöpf plötzlich als Todeskandidat wiederfand. Interessant, was Ellen White hier sagt, was hier verändert worden ist, was zerstört worden ist, als die Menschen gesündigt haben. Und zwar, seine physische Natur wurde geschwächt, das heißt, der Körper konnte krank werden, die geistigen Fähigkeiten nahmen ab, die geistliche Wahrnehmung verkümmerte. Das heißt, alles ist weniger geworden, alles ist schlechter geworden, alles ist irgendwo verzerrt worden und von daher ist es so, dass der Mensch eigentlich gar nicht mehr in der Lage war, mit Gott Beziehungen zu haben, untereinander eine glückliche Beziehung zu führen. Alles hat sich irgendwo verschoben, vertauscht und der Mensch war eigentlich, man kann sagen, auf sich selbst gestellt, wie er am Ende heißt, ein Todeskandidat. Denn nicht nur, dass er schuldig war im Sinne von einem gerichtlichen Schuld, dass er am Ende nicht mehr das ewige Leben haben konnte, sondern auch, dass er nicht mehr in der Lage war, sein Leben richtig auf die Reihe zu kriegen, glücklich leben zu können. Und das war nur möglich dadurch, dass Gott eingegriffen hat und dass Gott auch wieder die Erlösung für ihn gebracht hat, den Erlösungsplan ausgedacht hat und ausgeführt hat. Ein weiteres Zitat aus dem Buch Erziehung, Seite 14. Aber trotz ihres Ungehorsams überließ Gott die Sünder nicht hoffnungslos sich selbst. Weil er sie trotz allem liebte, wandte er sich nicht von ihnen ab, sondern setzte den Erlösungsplan in Kraft. Damit empfing der Mensch Leben auf Bewährung und die Verheißung, dass Gott einen Weg finden würde, auf dem der Sünder wieder zur ursprünglichen Ebenbildlichkeit Gottes zurückgeführt werden könnte. Darum geht es bei der Erlösung, das ist zugleich auch das Ziel der Erziehung und des Lebens. Interessant. Das Hauptziel der Erlösung und auch der Erziehung, schreibt Ellen White hier, ist, dass der Mensch zur ursprünglichen Ebenbildlichkeit Gottes wieder zurückgeführt werden kann. Und dazu sind mehrere Dinge notwendig. Erstens ist es notwendig, dass uns die Schuld vergeben wird. Denn ohne Vergebung der Schuld können wir nicht von unserer Belastung, durch Gewissen und der moralischen Last nicht leben. Wir können nur eine positive Veränderung erleben, nur Sieg über Sünde erleben, wenn wir auch Vergebung der Schuld erleben. Und die Vergebung der Schuld dafür war es notwendig, dass Jesus gestorben ist am Kreuz. Deswegen war Jesus Tod am Kreuz notwendig, um den ersten Schritt der Wiederherstellung und Gottes Ebenbildlichkeit zu tun, nämlich, dass wir Vergebung der Schuld bekommen. Der zweite Schritt ist, dass wir auch Sünde überwinden können. Das heißt, Sünde überwinden, dass wir Gottes Charakter wieder in uns entwickeln können. Das ist dadurch, dass wir Jesus als den Herrn unseres Lebens annehmen, dass Jesus in uns lebt, in uns wohnt und wir dann auch von den Charaktereigenschaften wieder Gott-Jesus-ähnlich werden können. Das ist übrigens auch das Gleiche, was in der Erziehung stattfindet, dass man die Kinder auch zu Jesus führt, dass sie auch Vergebung bekommen, wenn sie sündigen und auch, dass die Kinder lernen, ein Leben zu führen, was nach Gottes Gesetz ist im Gehorsam. Gut, im nächsten Abschnitt haben wir in unserer Lektion Jesus als Lehrer. Und dort ist Jesaja Gebittel 11, Verse 1 bis 9 angeführt. Und das wollen wir einmal lesen. Jesaja Gebittel 11. Und wer die Bibel zur Hand hat, kann sie gerne mit aufschlagen. Jesaja Gebittel 11, Verse 1 bis 9. Hier ist eine Weissagung, eine Voraussage auf den Messias. Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, sondern wird mit Gerechtigkeit richten. Die Armen und Rechtesurteils sprechen den Elenden im Lande und er wird mit dem Stabe seines Mundes den Gewalttätigen schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. Da werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen und die Panther bei den Böcken lagern. Ein kleiner Knabe wird Kälber und jünger Löwen und Mastvieh miteinander treiben. Kühe und Bären werden zusammen weiden, dass ihre Jungen beieinander liegen und Löwen werden Stroh fressen wie die Rinder. Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter und ein entwöhntes Kind wird seine Hand strecken in die Höhle der Natter. Man wird nirgends Sünde tun noch freveln auf meinem ganzen heiligen Berge. Denn das Land wird Vollerkenntnis des Herrn sein, wie Wasser das Meer bedeckt. Und das hat hier was über den Messias und sein Friedensreich hier gesagt wird. Dass Jesus als Lehrer beschrieben wird. Hier wird von dem Messias gesprochen. Natürlich ist es auf Jesus Christus gemünzt und gemeint. Und hier steht, welchen Geist er haben wird. Und das, was hier steht, was er vermitteln wird, ist nämlich der Geist des Wissens. Den Geist, dass er Rat geben kann. Dass er den Geist der Weisheit hat. Dass er Verstehen vermittelt. Und am Ende steht im Vers 9 die Erkenntnis Gottes. Und das sind alles Dinge, die mit Lehren zusammenhängen. Das heißt, dass man etwas vermittelt, dass man etwas weitergibt, dass man etwas versteht. Wir können nur Gott wieder näher kommen, in Gottes Bild verwandelt werden, wenn wir verstehen, was Gott uns sagt. Wenn wir den Erlösungsplan verstehen. Wenn wir verstehen, dass Jesus für uns gestorben ist. Dass er für uns unser hoher Priester ist. Wenn wir verstehen, dass Jesus uns führt. Dass er unser Herr und Heiland ist. Dass er uns in uns die Sünde in uns auch zum Absterben bringen lassen möchte. Und dass wir in ihm Jesus ähnlich werden können. Deshalb, der letzte Punkt ist übrigens ganz wichtig. Es wird Erkenntnis des Herrn sein. Wie Wasser das Meer bedeckt. Das bedeutet, Erkenntnis des Herrn. Gott erkennen ist eigentlich nach Johannes 17, Vers 3 das ewige Leben. Da sagt Jesus, ewiges Leben heißt Gott und Jesus Christus erkennen. Und das bedeutet, dass wir eine enge Gemeinschaft haben. Das ist nicht nur intellektuelles Erkennen, sondern dass wir mit ihm verbunden sind. Dass wir mit ihm eins werden. Und deswegen ist das die Grundlage des ewigen Lebens. Das ist der Messias, sein Auftrag. Dass er den Menschen wieder zurückführt in die Erkenntnis Gottes. Und das ist natürlich der erste Schritt, dass wir erstmal verstehen, wer er ist. Dass wir ihn dann lieben lernen, wenn wir sehen und wissen, wer er ist. Und dass wir dann, wenn wir ihn lieben, dann auch ihn annehmen und dann auch unser Leben danach ausrichten. Deshalb, das ist da, was der Messias tut. Dass Jesus unser Lehrer ist. Und im Leben Jesu können wir sehen, dass sich das erfüllt hat. Jesus hat uns Gottes Charakter offenbart. Durch seine Lehre, aber auch durch sein Leben. Denn Lehren geht nicht nur über das Reden, das Intellektuelle. Lehren geht auch über das Ausleben. Kinder und Schüler lernen über das, was sie sehen, was sie nachahmen, manchmal mehr als das, was man ihnen sagt. Ein Zitat aus dem Buch Erziehung, dazu, Seite 27. In jedem steckt die Neigung zum Bösen, mit der er allein nicht fertig werden könnte. Wir alle tragen aber auch die Sehnsucht in uns, so zu sein, wie Gott es von Anfang an gewollt hat. Wäre Jesus nicht gekommen, gäbe es keine Möglichkeit, dass diese Sehnsucht jemals gestillt wird. Aber nun steht er uns als Erlöser zur Seite, um uns zu unserer eigentlichen Bestimmung zurückzuführen. Sollte es da nicht höchstes Ziel sein, die Beziehung zu Christus zu bewahren und mit ihm zusammenzuwirken? Ganz wichtiges Zitat. Ellen White sagt hier, durch den Sündenfall hat der Mensch die Neigung zum Bösen bekommen. Und das ist so stark, weil die Sünde stärker ist als der Mensch, heißt das, dass der Mensch aus eigener Kraft der Sünde nicht widerstehen kann. Und der Mensch ist egoistisch, böse, mit bösen Neigungen von Natur aus, von Geburt an. Aber auf der anderen Seite gibt es aber noch eine zweite Seite, sagt Ellen White, und zwar die Sehnsucht, mit Gott in Beziehung zu treten. Und wir sehen, dass in jeder Kultur überall die Sehnsucht nach dem Übennatürlichen überall da ist. Und weil Satan das nicht ausradieren kann, hat er versucht, eben nicht die Menschen zum Atheismus zu führen, macht das manchmal auch, sondern er bringt ihnen einen Ersatz dafür, eine falsche Religion. Und wenn es nur religiöse Gefühle sind, wie die Hollywood-Filme oder was auch immer, wo auch das Thema des Erlösungsplanes und der Erlösung immer wieder dargestellt werden, aber mit verschiedenen mystischen oder anderen Elementen verbunden wird, weil die Menschen diese Sehnsucht zu Gott haben und diese Sehnsucht wird durch diese Art und Weise von Filmen und Dingen dann erlöst, erfüllt und auch gestillt. Aber Gott möchte, dass wir diese Sehnsucht zu ihm dadurch stillen, dass wir sein Wort lesen, dass wir Jesus auf Jesus schauen, denn Jesus hat uns jetzt Gottes Bild dargestellt, Gottes Wesen dargestellt. Und wenn wir jetzt mit Jesus leben, wenn wir seinen Tod für uns in Anspruch nehmen, dann können wir auch in der Beziehung zu Jesus diese Sehnsucht gestillt bekommen, wir können mit Gott eins werden und das ist eigentlich der Urgrund des Lebens am Anfang gewesen und auch am Ende wird es wieder so sein, das ewige Leben, Gott zu erkennen, mit Gott zu leben, dass Jesus in uns und wir in ihm leben. Ein weiteres Zitat, das Buch Erziehung, Seite 27. Ein wirklich guter Lehrer gibt sich nicht mit dem Mittelmaß zufrieden. Er möchte mit seinen Schülern und für sie das Bestmögliche erreichen. Selbstverständlich ist es ein großer Erfolg, wenn ein Lehrer dazu beitragen kann, dass sie junge Menschen Fachwissen aneignen und zu guten Buchhaltern, geschickten Handwerkern, begabten Künstlern oder erfolgreichen Geschäftsleuten werden. Aber das ist nicht genug, denn der Mensch muss auch an Werte wie Ehrlichkeit, Verantwortungsbewusstsein, Redlichkeit, Wahrheitsliebe, Lauterkeit und Dienstbereitschaft herangeführt werden. Nur wer über das notwendige Fachwissen hinaus auch diese Lektionen lernt, wird wirklich positiv in die Gesellschaft hineinwirken können. Und hier sehen wir schon, dass eigentlich die Erziehung, das Ziel der Erziehung sich von der weltlichen Erziehung unterscheidet. Die weltliche Erziehung will vor allen Dingen die Menschen dazu erziehen, dass sie in dem Leben gut zurechtkommen, dass sie gute Menschen werden, dass sie in der Gesellschaft funktionieren, dass sie auf ihrem Gebiet Fachleute sind und dass dadurch die Gesellschaft auch weitergeführt wird. Aber hier lesen wir, dass auch andere Werte wichtig sind. Ehrlichkeit, Verantwortungsbewusstsein, Redlichkeit, Wahrheitsliebe, Lauterkeit, Dienstbereitschaft. Natürlich sind manche dieser Werte auch im staatlichen Erziehungssystem auch mit dabei, aber nicht so an oberster Stelle. Denn wenn man mal schaut, wer sind tatsächlich diejenigen, die Erfolg haben und die in den Firmen ganz oben stehen, das sind nicht unbedingt die, die in Redlichkeit und Ehrlichkeit immer die Besten sind. Das sind manchmal Leute, die auch Korruption und andere Dinge hier auch ihre Schwächen haben und sich durchsetzen auf Kosten anderer. Deswegen denke ich, sind die Werte wie Ehrlichkeit und Treue und Verantwortungsbewusstsein und Wahrheitsliebe, das denke ich, sind Werte, die wichtiger sind als das andere. Natürlich ist das andere auch wichtig, dass man auch was gelernt hat und auch im Leben zurechtkommt, aber diese Werte stehen noch oben drüber. Und wenn man in diesen Werten stark ist, durch die Erziehung, dann kann man auch auf seinen anderen Gebieten entsprechend, ist egal was man macht, auch Erfolg haben und auch im Leben stehen können und natürlich auch ein Licht für Gott sein können. Ein weiteres Zitat, Seite 27, Erziehung Die lebendige Beziehung zu Christus lässt diese ethischen Grundsätze zu einer Kraft werden, die den Charakter des Menschen formt. Wer sich für Christus entscheidet und bei ihm bleibt, dem öffnet sich damit eine Quelle der Weisheit, wie er sie nirgendwo sonst findet. Ihm wächst die Kraft zu, höchste Ideale zu verwirklichen und die beste Bildung zu erwerben, die es in dieser Welt gibt, weil sie nicht mit diesem Leben endet, sondern ihre Fortsetzung im Reich Gottes findet. In diesem Sinn gehören Erlösung und Erziehung zusammen. Denn sowohl in der Erziehung als auch in der Erlösung ist das Fundament Jesus Christus. Niemand kann ein anderes oder gar besseres Fundament legen. Ja, das ist, denke ich, das ist ein Zitat, was wir sicherlich auch kennen, dass nämlich Erlösung und Erziehung eins sind, das Gleiche sind. Warum? Und hier beschreibt sie das. Sie sagt, wichtig ist, dass wir eine Beziehung zu Jesus haben und durch die Beziehung zu Jesus werden wir im Charakter Jesus ähnlicher werden und dadurch sind wir an der Quelle der Weisheit, weil Jesus ist die Quelle aller Weisheit, die Bibel und auch Jesus Christus selbst. Und diese Weisheit ist mehr als alle Weisheit dieser Welt. Und deshalb, es geht ja darum, nicht nur, dass wir mehr Wissen bekommen, sondern dass wir auch weise werden. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Wissen und Weisheit? Wissen ist etwas, was wir lernen. Wenn man irgendwo einen Stoff hat, für eine Klausur lernt, im Biologieunterricht und wie was funktioniert und warum die Pilze so und so sind und wie das alles zusammenhängt mit der Vermehrung und den Sporen und so weiter, dann kann man das lernen, da hat man ein Wissen. Aber das Wissen, das hilft uns noch nichts, wenn wir nur das Wissen im Kopf haben. Weisheit heißt, dass das Wissen, was wir haben, auch entsprechend so umsetzen können im Alltag, in unserem Leben, dass das auch zum Nutzen wird. Es gibt manche Professoren, die sind so hoch kompliziert und hoch gebildet und die wissen in einem bestimmten Bereich so viele Dinge. Aber das ist ja hohes Wissen, aber Weisheit, manche wissen nicht, wie man ihr Butterbrot schmiert. und da brauchen sie jemanden, der es für sie macht. Das heißt, es muss auch im Leben irgendwo, müssen auch Lebenspraxis haben dabei. Und deswegen, die Weisheit ist noch wichtiger als das Wissen, nämlich die Weisheit im Leben, das Leben so zu führen, wie es richtig ist, wie es gut ist, wie wir glücklich werden können. Und da ist Jesus Christus die Quelle der Weisheit. Deshalb ist es wichtig, dass wir zu Jesus gehen, mit ihm verbunden sind und dass wir durch Jesus die beste Bildung bekommen, die es in der Welt gibt. Und deswegen ist die Erlösung, heißt mit Jesus zu leben, dass Jesus in mein Leben hineinkommt, dass er mir vergibt, meine Schuld, aber auch, dass er mich verändert, dass ich in der Weisheit zunehme, Jesus ähnlicher zu werden. Und das ist auch das Ziel der Erziehung. Erziehung ist das Gleiche, nämlich, dass Jesus in mein Leben hineinkommt und dass ich ein Mensch werde, der Jesu, Gottes Charakter immer mehr widerspiegelt. Deswegen ist eigentlich Erziehung und Heiligung, eigentlich ist das der Begriff, die Seite der Heiligung, die in der Erlösung mit der Erziehung gleichzusetzen ist. Denn Erziehung heißt ja auch, dass wir die Kinder so erziehen, dass sie zu guten Menschen heranwachsen, dass sie in der Heiligung Fortschritte machen. Und zwar in der Heiligung durch die Kraft Gottes. Denn auch Kinder brauchen die Kraft Gottes, um ihr Leben zu verändern. Deshalb, bei beiden, Erlösung und Erziehung, geht es bei beiden darum, dass wir das Bild Gottes verloren haben, dass das Bild Gottes in uns wiederhergestellt wird. Und das geschieht durch die Beziehung zu Jesus, dass Jesus uns vergibt, dass Jesus in uns wohnt und dass wir dadurch ihm ähnlicher werden und sein Bild widerspiegeln. Das ist beides, Erlösung und Erziehung in beidem wichtig. Ja, dann, der nächste Abschnitt, den wir in dieser Lektion haben, heißen Mose und die Propheten. 2. Timotheus 3, Vers 14 bis 17. Und da sind wir bei unserem Ausgangstext, bei unserem Merkvers. Und der ist doch sehr wichtig, ein sehr schöner Text. Dort heißt es, zum 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 14 bis 17. Wer seine Bibel dabei hat, kann sie gerne aufschlagen und mitlesen. Paulus schreibt hier an Timotheus, du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Jesus Christus. Denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist nützlich zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung und der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei zu allem guten Werk geschickt. Das heißt, hier sagt Paulus uns, dass die Bibel die Grundlage ist der wahren Erziehung. Die Bibel führt uns dahin, dass wir verändert werden. Die Bibel kann uns unterweisen, dass wir zur Seligkeit kommen, zur Erlösung kommen, dass wir bessere Menschen werden. Und was denn hier aufgeführt wird, nämlich die Unterweisung, die Lehre, die Zurechtweisung, die Zubesserung, Erziehung und der Gerechtigkeit. Das sind alles Dinge, die mit Erziehung zusammenhängen. Das heißt, die Bibel ist dafür da, dass wir in der Erziehung Fortschritte machen. Unterweisung heißt, dass wir es verstehen. Lehre heißt, dass es Inhalte gibt, Glaubensinhalte, die Gott uns weitergeben möchte, die wir verstehen müssen und die bewirken etwas, das unser Leben sich verändert. Heute ist es manchmal so, dass man sagt, naja, viele Christen sagen, die Lehren sind nicht so wichtig, Hauptsache wir haben die Beziehung zu Jesus. Nein, nein, überhaupt nicht. Wenn ich die Lehre ablehne, lehne ich damit Jesus ab und ich kann nicht eine Beziehung zu Jesus haben, aber das, was er mir sagen will, nämlich die Lehre ist ja, was er mir sagt, was Jesus mir sagt, was er mir sagen will, das lehne ich ab, aber ihn als Person möchte ich haben. Das funktioniert nicht. Deshalb, eine Beziehung zu Jesus zu haben, heißt auch, dass ich auf das höre, was er sagt, auf seine Lehre, auf die biblische Lehre. Zurechtweisung. Das ist etwas, was uns heute manchmal nicht so sehr gefällt, dass wir uns auch zurechtweisen lassen. Das heißt, dass wir uns korrigieren lassen, wenn wir mal falsch liegen, falsch liegen in unseren Gedanken, dass wir falsche Dinge denken oder sagen oder dass wir vielleicht Charakterfehler haben oder Sünden tun und wir zurechtgewiesen oder Fehler machen, dass wir zurechtgewiesen werden, dass wir das anders machen sollen, dass wir uns verändern sollen. Besserung. Besserung heißt auch eigentlich zur Rechtweisung auf der positiven Seite, dass unser Leben Jesus ähnlich wird. Und Erziehung in der Gerechtigkeit heißt auch, eigentlich sind viele Dinge, die überschneiden sich teilweise in ihrer Bedeutung, dass wir durch die Gerechtigkeit, wenn wir in Jesus leben, bekommen wir die Gerechtigkeit zugerechnet durch die Vergebung, aber auch, dass wir in der Gerechtigkeit wachsen, dass unser Charakter sich immer mehr der Jesu Charakter angleicht durch Erziehung, durch Veränderung, durch Heiligung. Und dafür ist die Quelle die Bibel. Das Ziel ist, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem Guten weggeschickt. Das heißt, Vollkommenheit bedeutet, Jesus ähnlich zu sein. Und das ist das Ziel, worauf wir hinarbeiten, worauf wir hinlaufen, dass wir zu allem Guten weggeschickt werden. Und zwar sowohl für irdische Dinge als auch für geistliche Dinge und für die Ewigkeit. Das heißt, Mose und die Propheten, die Bibel, ist das, was wir brauchen. Deswegen wird gute Erziehung und auch Leben mit Jesus immer darauf hinauslaufen, dass wir die Bibel lesen. Ohne die Bibel hat alles keinen Sinn. Es reicht nicht nur zu sagen, naja, irgendwas, die und die Dinge. Natürlich ist es wichtig, auch Werte anzusprechen, die die Bibel zeigt. Aber wichtig ist auch, dass wir die Bibel selbst zur Hand nehmen und Gott zu uns reden lassen und durch die Bibel Weisheit bekommen und Jesus hören und Jesus ähnlich werden können. Ja, ich möchte jetzt einige Dinge, es gibt einige Gedanken in dem Buch, wie führe ich mein Kind? Und da möchte ich gerne ein paar Gedanken, die ich hier drin gefunden habe, mal wiedergeben, die genau auch in diese Richtung zielen und das noch ein bisschen in die Praxis umsetzen. Denn in diesem Buch wird die Praxis dargestellt und wie wir das mit unseren Kindern, aber für uns selbst umsetzen können. Und gerade in Kapitel 5, das heißt, die Bibel als Lehrbuch wird das sehr schön beschrieben. Dort heißt es, die Bibel sollte das erste Lehrbuch des Kindes sein. Das heißt, wenn die Eltern, denen die Mutter mit dem Kind spricht, dann sollte das erste Lehrbuch die Bibel sein. Sie sollen darin lernen, dass Gott ihr Vater ist und seinen Charakter kennenlernen. Das heißt, was ist das Wichtigste? Das Erste, was Kinder lernen sollen, nicht irgendwelche schönen Geschichten, natürlich, die Geschichten sind auch gerne mit dabei, weil Kinder gerne Geschichten hören, aber durch die Geschichten, die sie hören, sollen sie Gott kennenlernen, den Charakter Gottes kennenlernen, dass Gott Liebe ist und dass Gott uns liebt. Das heißt, Kinder sollen von vornherein lernen, dass es einen liebenden Gott gibt, der sie erlösen möchte und der sie erlöst hat und der ihr Bestes möchte. Deswegen ist es so wichtig, dass Kinder durch die Bibel und durch die Geschichten, die sie hören, den richtigen Charakter Gottes kennenlernen. Dann, durch Verheißungen aus der Bibel bekommt das Kind ein frohes Gemüt. Das heißt, Verheißungen sind wichtig, damit das Kind auch das auf sich persönlich beziehen kann und wissen kann, Gott ist für mich und Gott hat mir Dinge versprochen, die er auch tatsächlich einen erfüllt und einsetzt, wenn ich ihn darum bitte. Und durch Verbote der Bibel sollen sie lernen, was Unrecht ist. Ja, auch das ist wichtig. Kinder müssen lernen, was ist gut, was ist böse. Das lernen sie nicht von selbst. Natürlich, ihr Gewissen sagt ihnen auch etwas darüber, aber sie müssen das auch durch Unterweisung, durch die Bibel auch kennenlernen. Auch die Verbote der Bibel muss man Kindern vermitteln und weitergeben. Und biblische Geschichten sollten so einfach wie möglich erzählt werden. Das heißt nicht, also was ich manchmal sehr problematisch finde, ist, wenn in manchen Kinderbüchern die Geschichten so weit ausgeschmückt werden, dass so viele Dinge erfunden werden dazu, dass am Ende das gar nicht mehr der biblischen Geschichte entspricht. Natürlich, wenn wir manche Dinge ein bisschen hinzufügen, auch gerade was wir vielleicht in den Büchern von Ellen White haben, gerade in der Entscheidungsserie, der Sieg der Liebe oder auch wie alles begann, da kann man sicherlich noch das eine oder andere Detail mit hinzufügen, wenn man Geschichten erzählt, was man da auch von weiß. Aber das so auszuschmücken, dass am Ende irgendwas anderes dabei rauskommt, oder wenn man irgendwelche Geschichten erzählt, was weiß ich, von Biliam und dem Esel und am Ende nur noch die ganze Geschichte über den Esel spricht und was der Esel wohl gedacht hat und wie er wohl fühlen könnte und was der Esel wohl machen könnte. Aber die Geschichte von Biliam und seinem Ungehorsam und daraus zu lernen, das wird vollkommen außer Acht gelassen und nur noch über irgendwelche anderen Dinge. Am Ende ist man bei einer Fabel. Da könnte ich auch Fabeln erzählen, wenn man irgendwelche Geschichten aus dem Esel rausmachen möchte. Aber ich denke, diese Art und Weise ist nicht gut, Kindern weiterzugeben, sondern man sollte die biblischen Geschichten, so wie sie da sind, sollte man ihnen erzählen und möglichst einfach erzählen, dass sie das verstehen und dass sie auch verstehen, was dahinter steckt. Nämlich ein liebender Gott, der uns helfen möchte, ein Leben zu führen, wie es für ihn gut ist und mit ihm in Beziehung zu stehen und dass er uns erlösen möchte. Kinder sollen lernen, dass sie Gott gehören. Er hat sie mit seinem Blut erkauft. Das ist auch wichtig. Dass sie schon von Kindheit an ihr Herz Jesus geben und wissen, ich gehöre zu Jesus, ich gehöre zu Gott. Ich bin sein Kind. Sie können dann kein selbstsüchtiges Leben führen. Das heißt, dass sie von klein auf lernen, die Selbstsucht zu überwinden. Warum? Weil wenn sie mit Jesus leben, dann ist Jesus für sie das Wichtigste und nicht ihr eigenes Leben, ihre eigenen Bedürfnisse, ihre eigenen Dinge, die sie nur auf sich selbst fixiert sind, sondern dass sie auf Jesus fixiert sind. Und das hilft ihnen, dass es ganz für sie normal ist, in ihrem Weltbild, ihrem Gottesbild, das mit einzubinden. Für diese Kinder ist das ganz normal, dass es einen Gott gibt und dass sie mit ihm leben und dass sie auch zu ihm beten, wenn sie ein Problem haben und dass es für sie ganz in diese Richtung geführt werden, dass es für sie zum normalen Alltag dazu gehört. Sie sollen ihre Abhängigkeit von Gott lernen. Und das lernen Kinder ganz schnell. Dass sie merken, es gibt einen Gott und ich bin von ihm abhängig und ich kann mich in allen Dingen an ihn wenden. Biblische Geschichten und Verheißungen zeigen ihnen, dass Gott immer bei ihnen ist und ihr Leben führt. Ob das Daniel ist, die Geschichte von Elisa oder Paulus, das heißt, oder Psalm 34, Vers 7, das ist auch ein sehr schöner Psalm, wo auch Gott hier eine Verheißung gegeben hat, die auch Kinder schon in ihrem Herzen haben können und auswendig lernen können. Auch Kinder lernen sehr schnell und sehr gut. Und zum Beispiel Psalm 34, Vers 7, dort heißt es, als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Das heißt also, dass es, oder in Vers 8, der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten und hilft ihnen heraus. Das sind alles so Verheißungen, die, wenn die Kinder das wissen und lernen und auch erfahren und auswendig lernen, das hilft ihnen. Dass Gott, diese Geborgenheit in Gott zu haben, dass Gott immer bei ihnen ist und dass Gott ihr Leben führt. Ein Zitat aus dem Buch Wie führe ich mein Kind seit der 24? Äußere Umstände können sie, die Kinder, von ihren Heimen trennen. Aber die Unterweisungen, die ihnen in der Kindheit und Jugendzeit gegeben wurden, werden ihr ganzes Leben lang segensreich sein. Das ist wichtig. Was wir den Kindern mitgeben können, ist, dass sie Prinzipien lernen, Unterweisungen haben, die für ihr ganzes Leben ihnen zum Segen wird. Hier habe ich mal so ein Modell dargestellt, und zwar, wenn wir es jetzt auf die Schule übertragen, wie ist der normale Lehrplan? Der Lehrplan, den wir in den normalen Schulen haben, sieht so aus. Wir haben die Naturwissenschaften, Mathe, Physik, Chemie, Geografie, Biologie usw. Wir haben die Humanwissenschaften, Geschichte, Psychologie, Kunst, Literatur, Religion. Wir haben die Sprachen, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Latein usw. Und wir haben praktische Fächer, Sport, Handwerk, Kochen, Instrumentalmusik usw. Und normalerweise ist es so, dass die Bibel, wenn sie überhaupt eine Rolle spielt, dann nur als eine untergeordnete Rolle in dem Bereich Religion spielt. Das heißt, wenn Religion unterrichtet wird, dann kann man auch über die Bibel sprechen. Aber selbst bei vielen Religionsunterrichten, die man heute in den Schulen hat, spielt die Bibel gar keine Rolle mehr, sondern da tut man mehr über andere Religionen oder über moralische, ethische Grundsätze sprechen, aber nicht mehr über die Bibel. Also ich habe noch, weiß ich noch, als ich in der Schule war, richtig Bibelunterricht gehabt, in der Schule, Religionsunterricht, da haben wir über Abraham gesprochen und über Israel und über Mose und über all die ganzen biblischen Geschichten haben wir gesprochen. Und das war noch Bibelunterricht. Aber das ist heute immer weniger. Aber dieses Modell, denke ich, ist das Schul, das Modell der staatlichen Schulen und denke, das ist nicht das, was Gott vorgesehen möchte. Wir haben gelesen, dass eigentlich die Bibel die Grundlage sein sollte, auch für die Schule, sollte die Bibel die Grundlage sein für alles. Da könnte jemand sagen, okay, Modell B wäre so, Bibel und Religion exklusiv. Das heißt, Bibel als ausschließliches Lehrbuch für alle Fächer. Das könnte natürlich ein bisschen schwierig werden, weil, wie kann ich den Kindern Geografie über Amerika oder über Australien zeigen, was in der Bibel gar nicht vorkommt. Das heißt, natürlich ist es das Ideal, dass die Bibel für alles mit angezogen wird, aber man kann das praktisch so umsetzen, denke ich, im Modell C, indem man das die Bibel als Grundlage und als Kontext benutzt. Nämlich, dass sozusagen die Bibel, das ist dunkelgelbe, außenrum, die biblische Perspektive ist das, was alles umfasst, was alles durchdringt und was von allem auch erklärt wird. Und dann haben wir die Naturwissenschaften, Mathematik, Physik, Chemie, Geografie, Biologie. Sicherlich ist es auch möglich, Schulbücher zu haben, wo jetzt mathematische Aufgaben drin sind, aber es sollte immer einen Bezug zur Bibel haben. Und die Bibel sollte sozusagen das sein, was das erklärt und was den Deutungsrahmen gibt für das, was man lernt. Das Gleiche für die Humanwissenschaften, Geschichte, Psychologie usw. Für die Sprachen und auch für die praktischen Fächer, dass die Bibel die Perspektive und den Deutungsrahmen gibt, womit alles gesehen wird, durch die Brille, der Bibel alles gesehen wird und erklärt wird. Und ich denke, das ist das, was in der Praxis heute möglich ist und auch anwendbar ist, den Kindern das so beizubringen. Nach dem typischen Lehrplan auf der linken Seite haben wir die Literatur, die man lesen muss und dann sagt man, okay, die Bibel ist auch ein Teil der Literatur und tut sie irgendwo in einer Ecke, irgendwo teilweise mit dabei oder teilweise außerhalb, mit einbeziehen, wenn überhaupt noch. Ich denke, mit dem biblischen Kontext auf der rechten Seite müssen wir das so sehen, dass man die Bibel hat, als biblische Perspektive, als das grundlegende Buch für alles und dass man dann die Literatur, die man dann liest, die natürlich ausgewählt sein muss, geht auch nicht alles, was auch nicht jede Literatur ist, ist zielführend und ist tatsächlich auch bildend, dass man die Literatur, die Bibel aus dem Blick der Bibel liest und was die Literatur auch vermittelt, auch durch die Bibel wieder bewertet. Also deswegen ist die Bibel der Deutungsrahmen für alles, was man liest und für alle Literatur und für alles, was dazu kommt. Und da denke ich, das ist wichtig, dass man das in diesem Sinne tut, denn die Kinder sollten durchaus auch wissen, was in der Welt gesagt wird oder was in der Evolutionstheorie gesagt wird, aber das muss eben gedeutet werden und erklärt werden durch das, was die Bibel sagt. Das war nur ein kurzer Exkurs über das, was die Schule sagen und warum die Bibel die Grundlage auch der Erziehung und auch der schulischen Bildung sein sollte. Kapitel 6 in dem Buch Wie führe ich mein Kind? heißt das Buch der Natur. Und das hängt mit der Bibel sehr, sehr eng zusammen, deswegen habe ich das hiermit eingefügt. Dort heißt es, neben der Bibel sollte die Natur unser großes Lehrbuch sein. Das heißt, die Natur zeigt auch uns Dinge über Gott. In der Bibel offenbart Gott sich uns, in der Natur auch. Natürlich in der Bibel noch mehr deutlicher, indem er etwas sagt, aber in der Natur können wir etwas erleben, selbst erfahren. Und auch in der Natur können wir Gott erkennen. Und das ist eine wichtige Aufgabe der Eltern oder auch der Lehrer, der Erzieher, dass sie den Kindern das vermitteln können. Und dazu müssen sie selbst erstmal drüber nachdenken. Wo finde ich denn die Natur? Die Schöpfung wurde gemacht, um göttliche Dinge darzustellen. Das heißt, wir können Gott in der Natur sehen, dass Gott alles geschaffen hat, dass er uns liebt und die Schönheit der Blumen und den Duft der Blumen und alles. Adam und Eva hatten durch die Natur mit Gott Gemeinschaft. Die Natur ist ein Punkt, wo man Gott treffen kann, deswegen sollte man auch, wenn man in die Natur geht, auch öfter drüber nachdenken, wer Gott ist und wie Gott ist und Gott in der Natur begegnen. Kinder sollen an Blättern, Blumen, Steinen und so weiter die Geheimnisse des Lebens erforschen. Natürlich können sie es auch erforschen in irgendwelchen Biologiebüchern, aber noch besser ist es, wenn man mit ihnen rausgeht und ihnen eine Eichel zeigt und dann die Eichel aufmacht und dann durchschneidet und dann an dem praktischen Beispiel dessen, was man jetzt vor Ort hat, dass die Kinder daran lernen. Kinder entdecken gerne, sie erforschen gerne. Deswegen kleine Kinder, die bleiben an jeder Ecke stehen und heben da ein Steinchen auf und gucken da und treten in jede Pfütze rein und gucken, was passiert, wenn man da reintritt. Also die Kinder wollen wissen, was passiert. Gerade in der Natur sind sie sehr kreativ und sehr auf Lernen geeicht. Und das kann man nutzen. Natürlich hat durch den Sündenfall die Natur sich verändert. Und auch das müssen Kinder erkennen. Erkenntnis von Gut und Böse ist auch an der Natur sichtbar. Das heißt, dass es Naturgewalten gibt, dass es Stacheln gibt an den Kakteen oder an den Brombeeren Stacheln gibt oder dass es auch Überflutungen gibt und dass es auch Stürme gibt, die etwas zerstören. Das Kind lernt auch die unschönen Seiten der Natur kennen. Und das ist eine Gelegenheit zu erklären, dass es eine Sünde gibt und dass Gott eigentlich ursprünglich alles gut gemeint hat und alles gut gemacht hat, aber dass durch die Sünde eben auch das Schlecht, das Böse, das Leid in die Welt gekommen ist und dass es einen Feind gibt, einen Satan gibt, der das Böse gewollt hat, den Menschen ins Böse geführt hat und dass wir heute das noch auch sehen können. Dass wir in der Natur beide sehen können. Wir können in der Natur Gottes Charakter sehen, seine Liebe und seine Größe und seine Erhabenheit, aber wir können auch in der Natur das Böse sehen, dass Tiere sich gegenseitig fressen und dass auch Naturgewalten da sind, Vulkanausbrüche, Erdbeben, die zerstörerisch sind, dass das alles durch Satan und durch die Sünde gekommen ist. Kinder können in der Natur Beispiele finden, die die biblischen Lehren deutlich machen. Das heißt, man kann sich überlegen, wenn man selbst in der Natur ist, wo haben wir Gleichnisse in der Natur. Wenn einem etwas einfällt, dann kann man es aufschreiben und den Kindern wieder beibringen. Zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist, wenn man einen Garten hat und da muss man ab und zu Unkraut jäten. Wenn man das Unkraut nur so ein bisschen hier und da ein bisschen was rauszupft, dann wird das nach ein, zwei Tagen genauso aussehen wie vorher. Das Unkraut muss richtig entfernt werden, mit Wurzeln und allem drum und dran, damit es auch weg ist. Natürlich kommt trotzdem wieder neues Unkraut, aber wenn man das nicht richtig entfernt, dann wuchert das Unkraut so viel und so schnell, dass es alles andere überwuchert und alles andere erstickt. Das ist auch in unserem Leben, dass man sagen kann, okay, wenn wir die Sünde in unserem Leben dulden und nicht rausreißen, dann wird die Sünde irgendwann alles andere überwuchern und ersticken und die wird unser ganzes Leben bestimmen. Und so muss das Unkraut auch die Sünde aus dem Herzen entfernt werden und auch gründlich entfernt werden mit Wurzeln und allem drum und dran, dass es auch verschwindet. Und so gibt es einige Beispiele, die man aus der Natur einfach übertragen kann auf das tägliche Leben. Ihnen ist die Aufgabe gegeben, den Kindern, aber auch den Erziehern, den Eltern, Vergleiche aus der Natur zu finden, die Jesus darstellen. Und das hat Jesus ja auch sehr häufig gemacht. Er hat Gleichnisse erzählt und auch Gleichnisse aus der Natur, wo wir Jesus in der Natur finden. So werden sie in allem Schönen der Natur an ihn erinnert. Das heißt, dass wir erinnert werden an Gott. Und wenn man dann irgendwo, zum Beispiel, wenn man eine Schafherde sieht und dann kann man sehen, okay, Jesus hat gedacht, ich bin der gute Hirte. Und wenn sie damals seine Schafherde gesehen hätten, damals gab es viele Schafherden, dann haben sie sich gleich erinnert, doch, Jesus, der gute Hirte, wie sind die Schafe. Also von daher, heute haben wir vielleicht weniger Schafherden, heute müssen wir sich andere Dinge überlegen. Wo finden wir heute Gleichnisse in der Natur, die auch Jesus darstellen können? Dadurch wird die Erde nicht ein einsamer Ort für sie sein, sondern ihr Vaterhaus. Erfüllt nur Gottes Gegenwart. Das heißt, wenn die Kinder, dann ist egal, wo sie sind in der Natur, ob sie in den Bergen sind, ob sie am Meer sind, im Urlaub sind oder zu Hause im Wald sind, ist egal, wo sie sind, Kinder können in der Natur ihr Vaterhaus erkennen. Dass sie sich wohlfühlen in der Natur, weil sie dort wissen, hier ist Gott, das hat Gott gemacht für mich und das ist etwas Gutes, was Schönes, wo ich mich wohlfühlen darf, was Gott zu meinen Besten gemacht hat. Ein Zitat, wie führe ich mein Kind? Seite 29. Alle sichtbaren Dinge sollen ihnen, den Kindern, eine Erklärung des Unsichtbaren werden und alle Begebenheiten des Lebens ein Mittel, um das Wesen Gottes zu verstehen. Schönes Zitat. Sie sollen Gottes Wesen verstehen lernen. Darauf kommt es an, dass wir Gottes Charakter kennenlernen, dass wir wissen, wer ist Gott, wie ist Gott und wie können wir ihm ähnlich werden. Eltern sollten die Liebe zur Natur fördern und Kinder sind gerne in der Natur und man sollte gemeinsam mit den Kindern viel Zeit in der Natur verbringen und dazu müssen auch die Eltern natürlich auch bereit sein, mal aus dem Sessel zu kommen und draus zu gehen und mit den Kindern und immer nur spazieren gehen ist für die Kinder irgendwann mal langweilig, sondern man muss auch überlegen, was kann ich mit den Kindern machen? Irgendwelche besonderen forschungen betreiben oder irgendwelche Dinge mit den Unternehmen in der Natur, was für sie kreativ ist und was für sie spannend ist. Und von Gott erzählen, dass der alles das gemacht hat, was sie sehen. Besonders kleine Kinder sollen sich viel in der Natur aufhalten und dort freispielen können. Und sie sind dann tatsächlich sehr kreativ mit dem, was sie dann finden und sehen und vor allen Dingen natürlich ist es gut für sie gesundheitlich, dass sie frische Luft haben und dass sie Sonnenschein haben und dass sie Bewegung haben. Das ist wichtig. Aber auch, dass ihr Geist frei sein kann und dass sie sich auch ihre Gedanken machen und in der Natur Gott finden können und die Eltern ihnen manches erklären und sie führen. Das ist für Kinder das Ideale. Das Studium der Natur stärkt die Verstandeskräfte. Das heißt, wie jetzt hier auf den Bilden, wenn man einen Frosch gefunden hat, dann kann man sich den genau anschauen. Man kann sagen, okay, was macht der Frosch und warum hat er so große Augen und was ist man in seiner Zunge und wie kann er quaken und es gibt so viele Dinge und die Kinder lernen und ihre Verstandeskräfte nehmen zu. Unser Denken ist oft durch das Lesen von erdachten Geschichten zerstreut und missbraucht. Und das ist nicht gut. Und sie würde, Ellen White hat damals vom Lesen gesprochen. Heute würde ich sagen, unser Denken ist noch viel, viel mehr missbraucht und zerstreut durch das Anschauen von erdachten Geschichten im Fernsehen. Und wenn man Kinder vom Fernseher setzt und sie nur erdachte Zeichentrickfilme oder andere Dinge sich anschauen, das ist für die Kinder Gift. Ihre Gedanken werden zerstreut und missbraucht. Sie sollen selbst aktiv die Dinge erleben in der Natur. Deswegen Kinder sollten eigentlich in den ersten acht Jahren des Lebens sollten sie gar nicht Fernsehen schauen, überhaupt nicht. weil das ihnen nicht gut tut und man kann höchstens mit ihnen einen Film anschauen, den man mit ihnen gemeinsam anschaut, den man vorher aussucht und man genau weiß, das ist ein guter Film, vielleicht über die Bibel oder irgendetwas anderes. Aber lieber in die Natur selbst gehen. Selbst Filme über die Natur, warum muss man sich die anschauen? Geht doch selbst in die Natur und da hat man viel, viel bessere Sachen, die man selbst live erfassen und anfassen und erleben kann. Durch das Betrachten von Gottes Charakter in der Schöpfung wird das Gemüt von den niedrigen, verdorbenen und verschwächenden Vergnügungen abgezogen. Je mehr Kinder Langeweile haben, je mehr Kinder sich in Räumen aufhalten, je mehr Kinder nur irgendetwas machen, was man ihnen vorkaut und vorgesetzt, desto mehr werden sie Verlangen haben nach verdorbenen und schwächenden Vergnügungen, nach Computerspielen und nach diesem und nach jenem. Aber wenn sie in die Natur gehen, dort werden sie stark werden in ihrem moralischen Empfinden, in ihrem Körper, in ihrem Willen und natürlich auch in ihrer Beziehung zu Gott. Deswegen ist es so wichtig, dass Kinder in die Natur rauskommen. Deswegen sollte man auch überlegen, wo man wohnt. Wenn man mitten in der Stadt wohnt, wie sollen die Kinder in die Natur gehen können, wenn sie aus der Wohnung rausgehen und nur auf der Straße rumlaufen? Auf der Straße ist auch keine Natur. Deswegen sollte man außerhalb wohnen, auf einem Lande wohnen, wo die Kinder dann auch, wenn sie rausgehen, wo es vielleicht sogar auch wenn die Mutter zu tun hat, dass die Kinder rausgehen können und sie haben einen Zaun rundherum, dass die Mutter weiß, die Kinder sind draußen und spielen in der Natur und ich kann sie gefahrlos draußen alleine spielen lassen. Deswegen auf dem Lande zu wohnen, ist so wichtig und dass Kinder auf dem Land, in der Natur groß werden. Natur und Bibel waren auch Jesu Unterrichtsbücher. Hier haben wir diese beiden Dinge jetzt verbunden. Jesus hat durch die Natur gelernt und in der Bibel gelernt. Jesus studierte neben der Bibel auch das Leben der Pflanzentiere und der Menschen. Uninteressant ist, dass Ellen White sagt, Gott war hier sein Lehrer. Natürlich Maria selbst, aber auch Gott war der Lehrer. Er wollte zum Segen für andere werden und fand in der Natur viele Anregungen dazu. Auch in der Natur sind viele Tiere und viele Pflanzen und viele sind zum Segen für andere da. Und das ist ein Prinzip, was Jesus hier gefunden hat und was er auch in seinem Leben umsetzen wollte. Beim Erforschen entfaltete sich ihm die Bedeutung des Wortes und der Werke Gottes. Und Erforschen heißt auch, dass man manchmal länger darüber nachdenkt und da kann auch der Heilige Geist einen führen, was man dafür für Bedeutungen und für Grundsätze aus der Bibel herausfinden kann, die auch mit der Bibel wieder übereinstimmen. Jesus hat auch aus der Natur gelehrt. Er hat aus der Natur gelernt und was er gelernt hat, hat er auch wieder an seinen Gleichnissen weitergegeben. Er benutzte Gleichnisse aus der Natur, um göttliche Wahrheiten zu verdeutlichen. Von den Vögeln, von den Lilien, vom Seemann, vom Samen, vom Hirten und den Schafen und viele, viele andere Gleichnisse. Und sein Geist war offen für die Eindrücke aus der Natur. Und der Vorteil ist, wenn er daraus gelehrt hat, dann haben die Menschen automatisch, übrigens nicht nur aus der Natur, auch aus dem Alltagsgeschehen. Dann haben die Menschen, wenn sie das gesehen haben, das erlebt haben, haben sie gleich an das Geistliche gedacht und dadurch waren auch die Gedanken der Menschen viel mehr mit Gott verbunden auf einmal, wenn sie in der Natur waren. Damals waren die Menschen generell viel mehr in der Natur. Das Leben hat sie viel mehr außerhalb des Hauses abgespielt, als es heute der Fall ist. Und deswegen wäre es heute gut, wenn man das bewusst, gerade weil unsere Gesellschaft so stark in den Räumen stattfindet, dass man bewusst rausgeht, rausgeht in die Natur, mit den Kindern. Zweck und Ziel wahre Erziehung. Habe ich die beiden Kapitel aus dem Buch »Wie führe ich mein Kind?« haben wir jetzt abgeschlossen und jetzt noch ein paar Zusammenfassungen. Das gibt auch zu allen diesen zehn Zielen und was wir jetzt hier aufführen, können wir auch in Al-Mai-Zitate finden, wo sie etwas darüber sagt. Das erste ist ein Unterschied zu den Zielen dieser Welt. Diese Welt hat andere Ziele, als Gott hat. Und deswegen muss man überlegen, wohin will die Welt mit ihrer Erziehung? Und wohin wollen wir mit unserer Erziehung? Deswegen, natürlich haben wir gute staatliche Schulen und wenn es darum geht, Wissen zu vermitteln, brauchen wir keine adventistischen Schulen. Aber es geht nicht nur darum. Es gibt diesen Unterschied zwischen dem Ziel. Und weil die Bibel, wie durch Al-Mai, andere Ziele definiert haben, als was die weltlichen Ziele sind, brauchen wir adventistische bekenntnisse Schulen, um diese Ziele auch umzusetzen und auch im Leben anzuwenden. dass wir es persönlich anwenden. Deswegen sollten sich adventistische Eltern, christliche Eltern generell mit dem Thema Erziehung und auch durch Al-Mai sehr viel beschäftigen und darüber nachdenken und darum beten, dass Gott ihnen Weisheit schenkt in der Erziehung. Das Zweite, Bekehrung und Heiligung des Schülers. Es geht darum, dass das Wirken in der Erziehung von den Eltern, aber auch vom Lehrer oder vom Erzieher darauf hin wirkt, dass ein Kind, der Schüler, sich Gott ganz übergibt. Dass er sein Leben Gott übergibt und dass er auch im Charakter wächst, Jesus ähnlich wird, in der Heiligung Fortschritte macht. Drittens, Entwicklung des christlichen Charakters. Das heißt, dass der Charakter, der christliche Charakter, Jesu Charakter, sich mehr entwickelt. Und das kann bedeuten, es gibt verschiedene Charaktereigenschaften. Der eine hat dort mehr Stärken, der andere dort mehr Stärken und dass der Charakter, Jesu Charakter ähnlich wird, aber auch individuell in die Richtung geführt wird, wie es für ihn gut ist. Und da kann der Heilige Geist natürlich auch wieder führen und helfen. Viertens, Entwicklung des Missionssinns. Das heißt also, dass die Kinder schon von Natur an eine Begeisterung bekommen für die Mission. Dass sie auch anderen weitergeben können und weitergeben wollen, was sie selbst erkannt haben. Und wenn ihnen das selbst wichtig ist, was ihr Leben darstellt und sie wissen, dass es andere nicht so haben, dann werden sie den Wunsch haben, das den anderen auch zu sagen, damit sie auch dieses Glück haben. Aber wenn die Kinder das nicht als Glück empfinden, dass sie mit Jesus leben, wieso sollen sie das anderen weitergeben wollen? Deswegen, sie werden einen Missionssinn haben, wenn sie dieses starke Bewusstsein der Nähe Gottes und der Geborgenheit in Gott haben und sie wissen, das haben andere nicht. und natürlich kann man auch mit Kindern gemeinsam schon Missionsaktivitäten durchführen und wenn sie dann Erfahrung machen und erkennen und erleben, wie andere Menschen auch den guten Weg finden, das wird sie auch motivieren und anspornen, auch diesen Weg in ihrem Leben einzuschlagen. Fünftens, Entfaltung des geistigen Vermögens, das heißt, dass auch sie geistig stärker werden und zwar, dass Frontallappen gestärkt wird durch auch gute Ernährung und gute Verhaltensweisen, gute Lebensverhaltensweisen und dass man gut lernen kann und intelligent sein kann. Es ist so, wenn man einen guten, gesunden Lebensstil hat, dann kann man besser denken und das geistige Vermögen kann sich entfalten. Sechstens, Entfaltung der körperlichen Fähigkeiten, das hängt eins mit anderen zusammen. Wenn man draußen in der Natur ist, wenn man sich auch nach den acht Prinzipien ausrichtet, nach den New-Start-Prinzipien, gesunde Ernährung und Wasser und Sonnenschein und frische Luft und Bewegung und Ruhe und Mäßigkeit und Vertrauen in Gott, dann werden auch die körperlichen Fähigkeiten stärker und besser von dem Kind und durch die körperliche Stabilität stärker kann auch das Kind natürlich wieder besser gedenken und das wird eins zum anderen auch positiv beeinflusst. Siebtens, Entfaltung akademischen Wissens. Auch das ist wichtig, natürlich nicht in der ersten Stelle, sondern Kinder sollen und dürfen durchaus auch akademisches Wissen bekommen, also wissenschaftliches Wissen und sogar auch daran führend sein. Weil man intelligent ist und auch das versteht und das mit göttlicher Weisheit verbindet, dann kann man auch akademisches Wissen damit richtig umgehen. Achtens, Entfaltung beruflicher Fähigkeiten, beruflichen Wissens, Kinder sollen auch gute Ausbildung haben, handwerkliche Fähigkeiten und auch Wissensfähigkeiten entwickeln und auch stärken. Je breiter jemand aufgestellt ist, je mehr jemand Lebenserfahrung hat, desto mehr kann er auch überall, wo er ist, auch zurechtkommen und auch im Leben Erfolg haben. Neuntens, Entfaltung staatsbürgerlicher Fähigkeiten. Auch das ist wichtig, dass man weiß, was haben wir dem Staat gegenüber als Verpflichtung und dass man da auch Wissen hat und Fähigkeiten hat und natürlich zehntens auch Entfaltung gesellschaftlicher Fähigkeiten. Wenn man in der Gesellschaft zurechtkommt, dass man für sich selbst verantwortlich leben kann, wie man auch anderen helfen kann, wie die Beziehungen untereinander funktionieren, die Gemeinschaft und gesellschaftliche Fähigkeiten dadurch gestärkt werden. Natürlich auch, dass man selbst denken kann, dass man nicht nur das Nachplappen, was andere gesagt haben, sondern dass man selber auch das, was man überzeugt ist, dass man das auch entsprechend selbst formulieren kann und auch weitergeben kann. Und das sind, denke ich, zehn wichtige Prinzipien, Ziel und Zweck wahrer Erziehung, die wir umsetzen sollten in unserem persönlichen Leben, mit unseren Kindern, in unseren Schulen und auch in unseren Erziehungsanstalten. Der Umfang wahrer Erziehung sind vier Punkte. Erstens, sie ist unermesslich. Das heißt, sie ist wesentlich weiter gefasst, als es die weltliche Erziehung darstellt und zeigt. Sie ist zeitlos, denn sie wirkt jetzt für diese Zeit und auch für die Ewigkeit. Und damit in die Ewigkeit heißt für alle Zeiten gültig, zeitlos. Drittens, sie erfasst den ganzen Menschen, nicht nur das Wissen des Menschen, sondern auch seinen Körper, seinen Charakter, sein soziales Wesen, seine geistliche, Seite und alle Bereiche des Menschen sind mit dabei. Und wenn eins zurückbleibt, dann werden auch die anderen Schaden nehmen. Deswegen muss man alle gemeinsam fördern und stärken. Und man muss sehen, wenn ein Kind an einem Punkt irgendwo zurückbleibt, dann muss man an diesem Punkt ein bisschen stärken, dass die Ganzheitlichkeit auch bleibt. Viertens, sie schließt alle Rechte und Pflichten ein. Das heißt, dass die Kinder wissen, was sind ihre Pflichten, was sind ihre Rechte und entsprechend auch in allen Bereichen gefördert werden und auch Gott gegenüber und auch anderen Menschen gegenüber auch so leben können, wie Gott es möchte. Noch ein Zitat zum Ende. Erziehung, Seite 209. Wahre Erziehung vermittelt diese Weisheit. Sie lehrt uns die beste Nutzung nicht nur einer, sondern aller unserer Kräfte und Fähigkeiten. Damit umschreibt sie den ganzen Kreis unserer Verpflichtungen gegen uns selbst, gegenüber der Welt und gegen Gott. Das heißt, alle Kräfte und Fähigkeiten, die wir haben, sollen ganzheitlich gefördert werden. Und das wünsche ich uns, dass das uns gelingt bei unseren Kindern, dass uns das gelingt bei uns selbst, dass Gott uns erzieht, dass wir Jesus ähnlicher werden. Denn die Erziehung hört niemals auf, dass wir immer mehr nützlich werden in dieser Welt für andere Menschen, für Gott, für seinen Dienst und für die Ewigkeit. Deswegen, Jesus liebt dich. Er hat uns geschaffen. Er hat uns gemacht nach dem Bild Gottes. Und das war wunderbar. Es war vollkommen, als er uns geschaffen hat. Er hat uns erlöst. Als wir mit Sünde gefallen sind, hat er uns wieder erlöst, zurückgekauft aus dieser Knechtschaft der Sünde. Er möchte in dir Gottes Bild wiederherstellen. Er möchte, dass wir wieder, dass du wieder Gott ähnlich wirst. Und deshalb sag Ja zu ihm. Er kann nur das Bild in dir wiederherstellen, wenn du es erlaubst, wenn du Jesus in dein Herz aufnimmst und wenn du ihn erlaubst, dich zu verändern. Und das ist das, was Erlösung und Erziehung als Ziel haben. Und das wünsche ich uns, dass das jeden Tag in unserem Leben auch passiert. Wir wollen zusammen beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir, dass du, wir wissen dürfen, dass du uns geschaffen hast, dass du uns wunderbar gemacht hast, ohne Sünde und ohne Makel, uns mit der Grund, mit den Grundlagen und mit der Fähigkeit, dich zu lieben und dass wir dein Bild getragen haben. Aber wir Menschen haben gesündigt und haben das Bild, dein Bild verloren. Und hab Dank, Herr Jesus, dass du für uns gestorben bist, dass du unsere Schuld bezahlt hast und dass wir durch deinen Sündentod Vergebung bekommen können, wieder mit dir Beziehungen aufnehmen können und dass wir durch diese Beziehungen mit dir auch wieder dir ähnlich werden können. Und ich bitte dich, Herr Jesus, dass du in mir und in jedem von uns dein Bild wiederherstellen möchtest, dass wir dein Bild widerspiegeln, dass wir deinen Charakter widerspiegeln, dass du uns helfen möchtest, auch in unseren Kindern, die so zu erziehen, dass sie dich lieben, dass sie dich in ihrem Herzen haben und dass sie dein Bild und deinen Charakter auch widerspiegeln. Ich bitte dich auch für unsere Schulen, die wir haben, und dass du auch dort helfen möchtest, dass die Schulen auch so ausgerichtet sind, dass auch dort die Kinder wachsen dürfen, die ähnlich zu werden, dass sie in allen Dingen zunehmen können, in ihrem Wissen, in ihrem Charakter, in ihrem geistlichen Leben und auch in ihrem körperlichen. Herr, so legen wir alles in deine Hände und danken dir, dass du alles getan hast, was wir brauchen und dass wir in dir diese Ziele erreichen können. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen. Ja, das war das Thema Nummer 8. Herzliche Einladung zur nächsten Lektion, nächste Woche. Thema Lektion Nummer 9, die lautet die Gemeinde und Erziehung. Was hat die Gemeinde mit der Erziehung zu tun? Spannendes Thema. Bis dahin, Gottes Segen und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.